In vielen Medien sind Bitcoin und Co. schon im Untergang geweiht. Die Tatsch schreibt, Finger weg, Spekulationsblase Bitcoin. Oder die Zeitschreibt, wie die Dotcom-Blase, der Bitcoin-Hype erinnert an die 90er. Oder das Manager-Magazin schreibt, platzt jetzt die Bitcoin-Blase? Doch was ist wirklich dran? Sind wir längst in einer Krypto- bzw. Bitcoin-Blase, die bald platzt? Viele fragen sich, soll ich jetzt noch kaufen oder ist es schon zu spät? Oder die, die investiert haben, fragen sich, soll ich jetzt aussteigen, weil der Hype weit vorbei ist? Diese Punkte wollen wir uns heute mal etwas rationaler anschauen, um einen besseren Überblick für das kommende Jahr zu bekommen. Und außerdem, wie ich selbst verfahre, kaufe ich jetzt nach, halte ich oder verkaufe ich sogar? Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Talabox, mein Name ist Bastian. Ja, ein Freund von mir hat vor kurzem gesagt, ich habe 200 Euro in ein Coin investiert und jetzt sind es auf einmal 4000 Euro wert. Auf die Frage hin, was kann denn der Coin oder was macht der besser wie andere, hat er nur gesagt, ich habe keine Ahnung. Oder ich bekomme tägliche E-Mails über ICOs, welche ich bewerben soll, weil sie irgendwas Tolles Neues können. Man hat das Gefühl, irgendwie jeder will von dem Hype profitieren. Aber kann das Ganze noch gesund sein? Ihr habt wahrscheinlich schon mal ähnliche Aussagen gehört und habt euch gefragt, hm, wo soll das Ganze noch hingehen? In einem sind wir uns alle klar. Es war ein verrücktes Jahr für die Kryptowährung. Die Reise ging steil nach oben wie eine Rakete. Doch wo geht es in Zukunft hin? Kommt jetzt der große Absturz oder entdecken wir langsam neue Planeten? Dazu passt folgendes geflügelte Wort aus der Antike sehr schön. Ich weiß, dass ich nichts weiß von Citaro. Es gibt einige Indikatoren, die für zu hohe Preise sprechen. Zum Beispiel, wenn die Klatschblätter anfangen, über diesen Bitcoin-Hype zu sprechen. Jetzt müsste man noch einsteigen. Oder in Radiosendungen sogar Sondersendungen waren, wo ich mich gewundert habe, was Bitcoin sind, wie man investieren kann und so weiter und so fort. Sprich, in allen Medien war das Ganze irgendwie präsent. Und ein Vergleich mit der Dotcom-Blase, dort hat jeder gesagt, oh, die machen irgendwas mit dem Internet, da muss ich auf jeden Fall investieren, sonst verpasse ich was. Also die Leute haben Angst, etwas zu verpassen. Und das ist immer eine sehr große Gefahr und sollte eine Alarmglocke sein. Man hat nur noch die Rendite im Blick, aber nicht mehr das Risiko. Und dann besteht die Gefahr, einen zu hohen Preis für etwas zu zahlen. Aber was bedeutet denn überhaupt Preis und Wert und warum ist das so wichtig? Am besten lässt sich das am Beispiel oder Erfolgsrezept von Warren Buffett erklären. Denn was ist Warren Buffetts Geheimrezept? Also eine Firma ist zum Beispiel 100 Millionen Euro wert. Warren Buffett schaut aber clever am Markt und sieht, aha, die hat aktuell nur einen Preis von 80 Millionen. Aber der Wert ist eigentlich 100. Also investiert er und langfristig passt sich der Preis den Wert an und er macht 20 Millionen Gewinn. Das ist sein Erfolgsrezept, was ihn zu einer der erreichsten Menschen der Welt macht. Also muss es auch unser Ziel sein, heute einen günstigeren Preis für eine Kryptowährung zu bezahlen, als dessen Wert es ist. Damit wir es in Zukunft teurer verkaufen können. Das ist ja eigentlich aller unser Ziel. Doch welchen Wert haben diese Bitcoin und Co. jetzt? Bei Unternehmen gibt es dort viele Modelle, zum Beispiel Multi-Bills, wo man das Unternehmen mit anderen vergleicht. Man kann eine Ertragswertmethode machen und so weiter. Und dennoch ist es sehr, sehr schwierig. Und für Kryptowährungen ist es noch schwieriger und man muss einfach mal überlegen oder schauen, was in letzter Zeit passiert ist. Hat denn Bitcoin eigentlich noch den Preis, welchem Wert es entspricht? Schauen wir uns dazu einfach mal eine Grafik an. Also wir wissen ja, in letzter Zeit ist der Preis sehr, sehr stark gestiegen. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, ist in letzter Zeit denn der Wert auch genauso viel gestiegen? Zahlt auf einmal jeder mit Bitcoins? Haben wir schon das Internet of Things und nutzen das mit IOTA? Oder gibt es Smart Contracts, mit denen wir Wahlsysteme nutzen? Nein, eigentlich noch nicht. Also haben wir aktuell ein bisschen ein Gap. Also der Wert dieser ganzen Coins muss steigen. Die Leute müssen sie wirklich im realen Leben einsetzen. Denn was hätte uns das Internet gebracht, wenn heute alle immer noch in den Laden rennen und dort einkaufen und nicht über Amazon bestellen? Es fehlen also noch die echten Werte und diese müssen jetzt langsam nachziehen, sonst wird es schwierig. Die Schere muss sich also schließen, sonst kann es zu einer gefährlichen Blasenbildung kommen. Und wie sah das in der Vergangenheit aus? Denn dort gab es einige Beispiele. Schauen wir uns dazu erstmal ein ganz normales Standardbeispiel an. Wir sehen hier, wie so eine Blasenbildung im Zeitverlauf wirklich aussieht. Wir haben am Anfang die Stealth-Phase. Also unter dem Radar findet das alles statt. Das Smart Money. Oder würde man heute sagen, die Nerds von damals, vor 5-6 Jahren, haben sich einfach mal aus Spaß ein paar Bitcoins gekauft, weil sie an die Idee geklappt haben. Dann haben irgendwann schlaue Investoren gesehen, aha, da könnte was gehen, hier investiere ich doch einfach mal rein. Und dann ging es so langsam nach oben und hier hatten wir ungefähr die 1000 Dollar Grenze gehabt. Und dann dachten die Leute, oh jetzt ist schon alles vorbei und dann ging es ein bisschen nach unten. Doch nach und nach über die Jahre kam die Media Attention, wovon wir ja alle wahrscheinlich mitbekommen haben. In allen möglichen Zeitungen, Fernseher, Webseiten, YouTube Kanälen, wie auch ich, haben das Thema langsam aufgegriffen. Der Enthusiasmus kommt rein. Und dann kommt wirklich der Greed. Was wir aktuell vielleicht spüren, dass man Leute sagt, hey, wo kann ich jetzt noch investieren? Wo mache ich noch 200, 300 Prozent? Wie? Nur 50 Prozent Rendite, aber man sieht nicht mehr die Gefahr. Und dann kommt hier New Paradigmen. Also wow, wirklich, das verändert die Welt. Aber dann kommt die Gefahr, dass es nach unten geht. Die ersten Kurse fallen und die Leute greifen dann vielleicht ins fallende Messer. Dann kommen vier Kapulationen. Und dann geht das immer schneller. Und die gesamte Blow-Off-Phase. Es muss nicht so sein, wenn der Wert, wie gesagt, sich langsam anpasst. Aber so sieht eine typische Blasenbildung aus. Man kann zwar nie von der Vergangenheit auf die Zukunft oder andere Werte schließen. Doch man sollte das Ganze im Hinterkopf waren. Ebenso wie einer der größten oder ersten großen wirklich Blasen. Die Tulp-Money. Dort ging es auch innerhalb weniger Tage rasant nach oben. Und jeder wollte irgendwie noch mit dabei sein. Also diese Gier nach den Renditen. Und dann schoss das Ganze so schnell ins Bodenlose. Dass innerhalb von wenigen Tagen und Wochen das Ganze massiv einbrach. Und sich nie wieder erholt hat. Das gleiche war aber auch in der Dotcom-Blase zu sehen. Sehr schön am Anfang. Ja, hier, jetzt kommt langsam das Internet. Google, Yahoo und wie sie alle heißen. Und der Markt schoss wirklich in die Höhe. Wo man sich dann am Endeffekt erstmal überlegt hat. Hm, was für reelle Werte stehen da dran? Was macht das Unternehmen? Okay, das macht irgendwas mit Internet. Aber schafft es wirklich einen Mehrwert? Und dann gab es hier diesen Einbruch. Dann nochmal zurück ein bisschen. Und dann war sehr lange Zeit über drei, vier Jahre, wo sich das Ganze wirklich im Keller bewegt hat. Langfristig sind hieraus auch einige sehr profitable Unternehmen entstanden. Aber wir investieren jetzt zum Beispiel nur in Bitcoin. Und ob Bitcoin zum Beispiel die Top-Kryptowährung ist, kann man nicht sagen. Also muss man schon überlegen, hm, möchte ich hier vielleicht ein bisschen breiter in den Markt investieren. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, mit den anderen so ein bisschen vergleichen. Hier ging das auch sehr langsam los. Und auf einmal durchschoss das wirklich gerade auch in den letzten Wochen wirklich durch die Decke. Wir haben 20.000 erreicht. Und dann ging das Ganze doch mal fast 30, 40 Prozent nach unten. Dann bewegt sich das jetzt langsam wieder bei 15.000. Und das kann sogenannte Bulltrap sein. Und wir könnten, wenn die Werte sich vielleicht nicht anpassen, dahin fallen. Auf tiefere Level unter 10.000. Das kann natürlich keiner vorhersagen. Aber wir müssen es im Hinterkopf behalten. Aber was spricht denn wirklich für oder gegen eine Blase? Also pro, dass der Markt sich noch gut entwickelt. Was spricht dafür? Und contra, dass wir vielleicht einen Platzen bald sehen. Also was noch natürlich sehr interessant ist, wir haben noch sehr geringe Nutzerzahlen. Aktuell beschäftigen sich noch nicht so viele Leute damit, beziehungsweise kaufen es wirklich. Zwar ist die Media-Attention sehr hoch, aber das Ganze wirklich zu kaufen, tun noch die wenigsten. Zunehmend realer Nutzen in der Welt steigt. Also man kann in Teilen schon Bitcoin und Co. bezahlen. So zum Beispiel bei einigen Lieferservices oder einigen Online-Händlern. Dann natürlich interessant sind Kooperationen mit großen Firmen, die das Ganze immer sehr befeuern. Wie das bei IOTA angeblich mit Microsoft der Fall war, dann aber wieder demitiert wurde. Aber auch mit Regierung, um den rechtlichen Rahmen zu schaffen, um das Ganze wirklich dann auch in die Gesellschaft reinzutragen. Dort kann noch sehr viel gemacht werden. Aber auch das Ganze als alternative Währungsnutzen, beziehungsweise Wertspeicher. In Ländern wie Venezuela, wo eine sehr starke Inflation ist, kann man dort das Geld in Kryptowährungen etwas inflationsarmer möglich anlegen. Beziehungsweise das Geld aus dem Land schaffen. So wie in China der Fall ist. Sehr reiche Leute haben Probleme, ihre Devisen aus dem Land zu bekommen und nutzen solche Währungen. Aber es kann natürlich auch nach unten gehen, beziehungsweise die Blase platzen. Durch einen großen Vertrauensbruch zum Beispiel. Eine große Börse gibt Pleite. Damals war das die Mt. Gox. Aber das kann heute auch passieren mit einer großen Börse, wo es wieder einen starken Einbruch gibt. Dann natürlich Verbote oder Kriminalisierung. Komplett ausschalten kann man das Ganze nicht. Aber man kann das Ganze kriminalisieren oder versuchen in Teilen zu verbieten. Oder das Ganze sehr stark regulieren. Denn aktuell sind die ICOs ja ziemlich lasch. Und jeder nimmt Geld über die ICOs auf. Aber ob das sich die Regierungen langfristig so gefallen lassen werden, ist fraglich. Die SEC ist da ja auch schon dran. Die BaFin wahrscheinlich auch schon mit einigen Leuten. Also hier kann natürlich Regulierung den ganzen Markt auch wieder sehr verlangsamen. Und was aktuell noch so ein bisschen der Fall ist. Das Ganze ist noch zu komplex oder unsicher, um das Ganze wirklich alltagstauglich zu machen. Viele haben das Problem, dass es komplett neu für sie ist. Sie müssen sich da das mal einlesen, damit schlüsseln. Und dann fragen sie sich, okay, wo ist denn hier mein Pin und Tan? Also das wird wahrscheinlich noch ein paar Generationen dauern oder eine Generation dauern, bis die Leute damit aufwachsen und für die das Ganze normal ist. Ja, und es gibt jetzt noch viele mehr für Pro-Seite und Contra. Aber was wäre denn ein möglicher Ausblick für die Zukunft? Keiner kann sagen, was in der Zukunft kommen wird. Weil News positiv wie negativ den Kurs stark beeinflussen können. Aber was sind denn so meine Gedanken? Also ich denke mal, der Kurs oder alle Kurse werden nicht auf Null fallen. Also dass alle Coins von heute auf morgen Null wert sind. Aktuell sind die Preise massiv gestiegen, weil viele Leute in den Markt gekommen sind und damit auch viel Geld. Aber der Wert der Bitcoins hat sich noch nicht sehr stark verändert. Also es müssen jetzt praktische Anwendungen kommen, die für den Alltag wirklich anwendbar sind. Denn was bringt uns die beste Technologie, wenn sie doch keiner nutzt? Die Dotcom-Bubble hat das Ganze vorgemacht, dass es dort Unternehmen gab, die völlig nutzlos waren. Es kann zu einem Einbruch kommen, muss aber nicht. Und das kann keiner mit 100% sagen. Also die Frage, lohnt es sich überhaupt noch zu investieren? Zuallererst solltest du an das Risiko denken. Viele vergessen das Risiko bei solchen Investments und sehen nur noch die Gewinne. Und das ist fatal am Ende. Aber wie könnte denn zum Beispiel eine mögliche Strategie aussehen? Wer es am einfachsten will, ohne groß nachzudenken, der kann einfach eine einfache Strategie wie ein ETF aufsetzen. Also statt sich wirklich die Topcoins irgendwie rauszusuchen und versuchen hier so eine Art Stockpicking zu machen, kann man sagen, okay, ich nehme die 10 Größten nach Marktkapitalisierung. Dann sucht man die sich raus, liest sich noch ein bisschen in die Thematik ein. Was sind die Vor- und Nachteile der Währung? Was macht die Währung eigentlich? Und damit man so ein gewisses Grundverständnis hat. Und dann kann man sagen, okay, ich investiere in die 10 Größten. Oder ich sage dann, ah, der Coin passt mir nicht so. Das ist ja eigentlich nur ein Coin wie ein anderer, aber macht nichts mehr eigentlich. Am Anfang ist die Lernkurve natürlich auch sehr, sehr steil, was sehr schön ist. Und dann heißt es ein bisschen weiter am Ball bleiben. Man muss sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigen, aber einfach so ein bisschen, was sind die aktuellen Entwicklungen? Und dann kann man sein ETF-Kryptoportfolio einfach schön laufen lassen. Denn das Denken solltest du nie komplett anderen überlassen. Also du gehst jetzt in ein Forum und sagst, ich habe hier was von dem Coin gehört. Meint ihr, soll ich den kaufen? Ja oder nein? Selbst mal ein paar Gedanken machen bringt meistens viel mehr, anstatt sich auf andere zu verlassen. Denn wenn es dann nach unten geht, ist man wieder so, ah, hm, wen frage ich jetzt? Was mache ich jetzt? Sondern ein bisschen selbst nachdenken. Eine andere sehr interessante Idee ist von einem Freund. Die haben eine Gemeinschaft aus ein paar Leuten. Und einmal im Monat suchen die sich einen Coin raus, in welchen sie dann gemeinschaftlich investieren mit einem kleinen Spielbetrag. Und das Ganze nennt sich dann sozusagen Shitcoin. Also irgendeiner ist von einer Währung total überzeugt, hat eine tolle Idee, hat irgendwas erfahren, erzählt das den anderen, die debattieren darüber und dann wird entschieden, wir investieren in diesen oder jenen Coin. Aber das Ganze mehr so aus Spaß, aber wenn es natürlich was bei rumkommt, ist es natürlich auch schön. Man kann natürlich das gleiche Geld auch irgendwo im Casino verzocken, aber aktuell ist es wahrscheinlich eine interessante Möglichkeit. Das wäre eine weitere Möglichkeit, in welche Coins man investieren könnte. Also macht eine Gruppe mit ein paar Leuten und sucht euch dann ein paar Coins raus und erklärt die den anderen. Also was kann man jetzt tun, wenn man schon einiges an Kryptowährungen hält? Oder was kann man tun, wenn man noch überhaupt keine Kryptowährungen hält? Also wer noch nicht investiert hat, aber irgendwie dabei sein will, weil er Angst hat, was zu verpassen, der könnte folgendes machen. Der sagt, okay, ich nehme einen Betrag von 500 Euro und drittel den und dann investiere ich vielleicht diesen Monat etwas, zwei Monaten nochmal ein Drittel und in vier oder sechs Monaten das letzte Drittel. So habe ich nicht die Gefahr, vielleicht jetzt komplett im Hoch zu kaufen, aber ich habe auch nicht die Angst, was zu verpassen. Also man splittet sein Risiko so ein bisschen. Aber wer jetzt schon investiert hat und sehr hohe Gewinne gemacht hat, aber jetzt wieder die Angst hat, alles zu verlieren, der kann zum Beispiel wie Julian ein paar Chips vom Tisch nehmen. Denn wenn man ständig daran denken muss, hast du schon zu viel investiert. Das Wichtigste ist, ihr müsst euch mit eurem Investment wohlfühlen. Also ihr müsst noch rückschlafen können. Ich selbst halte es aktuell so, dass ich meine Coins, die ich habe, halte. Ich habe jeden Monat ein bisschen was investiert, das habe ich gerade gestoppt, sammle das auf einem Tagesgeldkonto an und wenn es einen Rücksetzer gibt, werde ich dort nochmal nachkaufen. Ja, wie seht ihr das Ganze? Kommt bald der große Crash, investiert ihr selbst noch? Haltet ihr erstmal die Füße still? Ich freue mich auf eure Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, das motiviert mich, mehr guten Content für euch zu produzieren. Und wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst zum Thema Geld und Börse, vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren. Oder Fragen darfst du uns gerne in der Facebook-Community stellen, dort helfen wir dir gerne immer weiter. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Wochen Sonntag.